Sicherheit und Benutzerkomfort stehen oft in Konkurrenz zueinander. Nachdem es in diesem Video aber um IT-Lösungen für Unternehmen und nicht um Gefängnisse geht, zeigen wir Ihnen, wie man dieses Dilemma löst. Denn mit Azure AD Conditional Access, kurz CA, können Sie den Zugriff auf Programme und Daten ganz einfach in Abhängigkeit der Bedrohungslage steuern. Schließlich reicht der Schutz mit Username und Passwort schon lange nicht mehr für sensible Daten. Auf der anderen Seite kostet die sehr sichere Multi-Factor-Authentifizierung, kurz MFA, auch mehr Zeit. Mit CA definieren Sie die Regeln einfach selbst. Meldet sich ein Benutzer beispielsweise aus dem internen Firmennetz an, ist kein MFA notwendig. Meldet er sich zum ersten Mal außerhalb an, zum Beispiel im Homeoffice, wird eine zusätzliche Authentifizierung durch MFA verpflichtend. Bedingte Zugriffe sind auch auf bestimmte Daten möglich. Beispiel, nur Mitglieder der Gruppe Finanz- und Rechnungswesen dürfen auf die Finanzdaten zugreifen und dies nur, wenn sie im Firmennetz arbeiten. So ist es möglich, dass Benutzer immer und von überall aus produktiv und agil bleiben, die Unternehmensdaten, Ressourcen und Anwendungen aber gleichzeitig immer angemessen geschützt sind. Wenn auch Sie die Themen Sicherheit und Benutzerkomfort in Ihrem Unternehmen in Einklang bringen wollen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.